Was ist deine persönliche Lieblings-Sendung, die du im Fernsehen immer verpasst? Ich schau wirklich gern Love Island. Ja? Ja. Nein, wirklich. Du schaust eine Folge Love Island und dann ist hier oben nichts mehr. Also es ist wirklich, das ist so wie Apfelmittel fürs Gehirn und deswegen, es funktioniert. Das ist das, wo man quasi viel an, wenig aus, nichts drunter, kaum was drüber. Also die Sendung mit dem goldenen Hoden. Ja, also du kommst nur weiter, wenn zwei, also ohne Mikro natürlich, also die müssen halt so. Und wenn zwei, nö, dann kommen sie weiter. Allein kommen sie weiter. Also alle elf Minuten stirbt ein Single auf Love Island. So wär der Werbe-Claim.